Hallo und herzlich willkommen zu Letztes bei Battlefield 3 Multiplayer Modus auf der Map, wie heißt sie? Äh, Thala Markt. Sehr interessant. Ähm, Team Deathmatch, ich hab gerade so ein bisschen gespielt. 2-4, ich bin der Beste. Yeah! Und, äh, auch die Map, muss ich sagen, gefällt mir bis jetzt relativ gut. Aber wieder ein bisschen verwünscht. Boah, ich sollte echt damit aufhören. Boah, da hinten, oh, das ist doch unglaublich. Ich kann ja nicht immer tot bin, ey. Das ist ja schon Black Ops-Style, oder was, ey. Fuck you, ja. Auch hier die Spawns wieder sehr interessant. Ich bin gerade gespawnt, 5 Meter gelaufen und dann stand ich praktisch 10 Meter hinter dem Gegner. Ich hätte den abknallen können. Quasi nur dann in Center, okay, das war dann so eine Sache. Aber trotzdem, ja, das war dann auch klar. Nicht so sinnvoll. Hm, ja, ihr seht, es ist viel hin und her. Also, von wegen, ne, und so. Hier auch wieder ein paar Häuser. Ähnert vielleicht so ein... Ja, gut, ne, eigentlich doch nicht. Eigentlich ändert es doch nicht an ein großer Bazaar. Eigentlich laber ich gerade scheiße. Was, was war das denn? Boah, scheiß, Tuba. Fuck you. Ah, das kann ja nicht sein, ey. Kann ja einfach nicht sein. Boah, wenn du so wechselst, ne, den Shooter wechselst, dann kriegst du einander Peilen, ey. Da bist du richtig wahnsinnig bei. Gar nicht klar. So, da hinten kam gerade welche raus und dann von hier. Und ich kam jetzt gerade von hier, wo ich jetzt gerade kam. Waren halt zwei Leute, ne, ey. Da müssen sich dann echt schon überlegen, ob das nicht so ein bisschen kalt ist. So. Hab ich dich, Junge, hab ich dich. So soll es da laufen. So will man die Leute da rutschen. Hier, wollen wir mal sehen. Wo geht es denn hier wieder weiter? Keine Ahnung, ob da noch... Oh, interessant. Kann die jetzt nicht echt, oder? So, fuck you. Muss ein bisschen taktisch hier ran. Ich hab das taktische schon abgelegt wegen Black Ops, aber... Ich muss mich hier wieder ungewöhnen. Bei allem. Und dann läuft das auch. Dann holen wir hier auch so die Leute rein. So holen wir die dann weg. So sieht das nämlich aus. So, wo ist der? Wo ist der? Ach. Will der mich mit der Armbrust abschießen, ey? Will der mich verarschen? Nicht mit mir. Also wenn ich mich denn ein bisschen konzentrate, dann... Dann leg ich hier auch mal ein paar Leute weg. Ich hab gesagt, ein bisschen konzentrate. So. Das läuft doch. So geht das doch mal. Soll ich vielleicht öfter mal machen. Und nicht nur, äh... Will durch die Gegend rum und rum schreien, wenn ich abgeballert werde. So, Junge. So geht das. Jetzt hab ich gleich auch keine Munde mehr. Wie jetzt? Was für das denn bitte? Wie schnell war ich denn da down? Krass. Aber ein 10.6. Erster. So soll es doch sein. Wollen wir mal ein bisschen mehr davon sehen. Ein bisschen taktisch hier rangehen. Ich glaube, damit kann man die auch ein bisschen aushebeln hier. Momentan rennen ja alle wie Noobs rum. Wollen wir mal gucken, als wir die so ein bisschen taktisch auf die Seite legen. Für die Leute. Ach, das kam von der Seite. Scheiße. Hab ich nie gesehen. Das tut mir leid. Aber da kann man auch wieder, dass ich tausendmal Hilfe bekomme. Einfach, weil ich mehr Punkte habe. Und Tim, das ist eindeutig. Sobald man irgendwie mehr Punkte hat und die KD völlig gleich ist. Also gleich wie die Kills, gleich wie die Death. Ich merke sofort hier von wegen. Der muss eindeutig Pech haben. Wo da hinten waren welche. Müssten vielleicht von da welche kommen. Pratsch jetzt auch immer so. Da oben so ein bisschen Effekt und so, weißt du. Mal gucken. Hier war... Ach, auch sehr nice. Sehr interessant, sehr interessant. Sneaky Attack! Das, äh, von... So, der will doch hier hinkommen. Weiß ich so genau. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Okay, der rennt halt hier rein. Dieser Mongo. Dieser Mongoloid. Ach, sehr nice. Ach, ach. Ah, da kam man mit der Armbrust wieder an. Mein Freund. Mein Freund und Armbrust. Ficker. Mein Gott. Ähm. Ja. Wollen wir mal sehen. Sehen, 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 sehen. Was hier so abgeht. Also ich finde das doch ziemlich interessant, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber das könnt ihr auf Eroberungen anders sagen. Gibt es Eroberungen überhaupt? Ich habe überhaupt nicht geguckt, ob es Eroberungen für die Maps gibt. Ich... Experte. Oh Gott. Hm. Habt Glück. Hier kann man Glück haben. Ja, okay, 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 okay. Wo? Wo? Okay. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Das war jetzt scheiße. Das war ziemlich scheiße. Alter. Alter, was mache ich hier? Was mache ich hier? Was mache ich hier? Was mache ich hier? So. Durch den meinen. Keine Engel. So, Leute. So. Ich muss mehr auf die Karte achten. Die ganze Zeit, Black Ops, einfach nur reinrennen. Sprayen, reinrennen, Sprayen. So. Der holt sich den oder wie kann ich es weg? Mal sehen. Boah, bitte? Ach, ich wollte gerade sagen. Mein Gott, da muss man doch mal sprayen. Das ist ja morgen, ey. Mach mal. Oh. Das funktioniert ganz gut. So, da habe ich genau gesehen, Kollege. Hinten kommt keiner. Hier hinten habe ich doch nichts gesehen. Irgendwo hier. Wo sind meine Freunde? Au. 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 Hier sind sie glaube ich nicht. Ich habe aber echt gerade welche. Achter, warum habe ich jetzt nicht getroffen, bitte? What the fuck? Was war das? Ist er da oben noch? Hm. Vielleicht nicht so. So, 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 so. Boah, also, doch, also, das kann man jetzt sehen, wie man will, aber die sind zumindest, also die Maps so an sich, die sind zumindest so kompakt und so bespielbar, dass man darauf auch Team Deathmatch spielen kann. Ich glaube, ich glaube, darauf sind es auch mehr ausgelegt, als die Maps jetzt von, äh, ich kriege von hinten. Ah, ich habe ja nie, ich, na, kann ich aber benutzen. Wapp, okay, das war jetzt heftig. Was war das denn? Dieser Ficker, Ficker, ha, 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 ha. Hm. Ach, hier ist schon wieder Endung. Komm ich da wieder, jetzt, ich will jetzt hier nicht verhalten. Das ist ja gar nicht so schlecht gemacht. Aber wenn er jetzt sterben sollte, ist es denke ich bin ihm weg. Wapp, 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 wapp. Was war das denn? Alter, willst du mich verarschen? Alter, das darf nicht sein, also sowas darf das nicht sein. Verfördert. Das ist die G57. Ja, wo kann das nicht sein? Ey, manchmal, ne? Manche Leute, ich gehe auf Kater oder so. What the fuck hinter mir. Nice. Nice, Teamwork. Alle noch am Leben wieder. Alle noch am Leben wieder. Alter, ich sitze wieder hier. Töne mal nach, ne? Sehr schön. Alter, ich wollte mich jetzt bearschen. Müsst du auch mal warten. Ich bin nicht, Gott, ich bin nicht so schnell. So, habe ich die Granate noch fallen lassen? Wahrscheinlich nicht. Und er rennt auch raus. Ach, fick dich. Ah, da habe ich wieder nicht so gut geschossen. Wie habe ich hier? Bin ich nur Erster? Ich bin nicht mehr Erster, ich bin Zweiter. Oh, Mütter. So. Hier wäre er safe. Wollen wir weiter rennen hier wieder? What the fuck? So. Okay, das scheint ja nichts zu sein. Oder der wird von dem weggesnackt. Kann natürlich auch sein. Scheint so. Scheint so. Einfach so tun, als wenn man ihn nicht gesehen hätte. Und dann wegrennen. So läuft das hier. Das hier wollen wir nicht für Karte gucken, ne? Dann sollte ich meinen, das ist verbreiteter. Aber sollte zumindest so sein. Okay. Oh, stimmt. Hup. Armbrust. Armbrust, genau. Das ist halt scheiße. Das sieht aber an sich gut aus. Armbrust ist auf jeden Fall witzig, aber echt schwer zu bedienen. So, da hab ich auch mal gesprayt hier. Boah, nicht ins Feuer rein. Feuer ist böse. Fand ich schon früher mal, dass wir ein bisschen mit Feuer arbeiten sollten, ne? Finde ich gar nicht mal so schlecht. Wir sind jetzt alle mit der Armbrust rumgerungen. Ich glaube, dafür gibt es auch einen Auftrag. Aber ich, äh, will mich da jetzt nicht festlegen, aber ich denke mal, dass wir zwei Leute mit der Armbrust rumgerungen. Wird sich das auch mal machen, ne? Hm, hm, hm. Wäre auf jeden Fall witzig. Auf jeden Fall witzig. Der auch. Wir sind alle, die auch Krieger in die Unruhe. Hm, hm. Skepsis. Skepsis. Und jetzt werde ich von hinten abgekern. Ich werde jetzt auf jeden Fall von hinten abgekern. Oder? Doch, ich sag's doch! Ihr fickt euch doch, ihr Mongos! Äh. Ich sarrert auch noch. Äh. Hm, 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 hm. Hä? Ich hab gedacht, das wär so ein... Dingspumpst. Da muss man sich's sowieso mal angucken, hier. Hm. Wo ist der jetzt eigentlich? Okay, das verwirrt mich jetzt gerade. Ähm. Ich hab eigentlich ge... Oh, na, ist die Runde vorbei. Na ja. Die Armbrust, wo... Ich hab noch gar nichts nachgeguckt. Ich hab einfach angefangen zu zocken. Erstmal Fazit für die nächste Map hier. Relativ gut. Lässt sich gut auf Teamworkman spielen. Kann man auf jeden Fall machen. Ich find, die Maps werden jetzt auch nicht so ultra schnell langweilig. Bieten jetzt nicht die Mega-Action, aber... Auf jeden Fall nicht schlecht. Wollen wir mal sehen. Vielleicht ein bisschen auch noch, ähm, auf Eroberung. Falls das überhaupt geht. Wie gesagt, ich hab mich nicht informiert. Und wollen wir mal sehen, wie die da alles so spielt. Und Plünderer an sich. Hab ja schon viel zu gesagt. Das ist echt so ein grenzwertiger Modus. Dann mal... Bis zum nächsten Mal. Und tschö. Ausdruck an. Und... Das ist etwas lauter.